Nicht, dass die Leute denken, der arbeitet ja immer nur am Computer. Aber die Computer, die helfen uns ja auch, die Bilder zu komponieren und zusammen zu kompostieren, hätte ich fast gesagt. 13 Werner-Bände hat Comiczeichner Röttger Feldmann bisher herausgebracht. Diese Bücher überarbeitet der Schleswig-Holsteiner derzeit im heimischen Studio, gemeinsam mit Designer Tim Eckhorst. Jedes Bild, und das sind Tausende, wird dabei verbessert. Zack, und schon ist der Schatten da. Und so schiebt man sich das hin, bis das schön ist. Nicht, dass man denkt, das ist jetzt ein Computerschatten, den Schatten habe ich auch irgendwann mal selbst gezeichnet. Alles, was hier drin ist, ist auch mit der Hand gezeichnet worden. Allein mal die Titel können wir jetzt schon mal angucken. Da ist der Werner, da ist jetzt die Schrift, da sind die Effekte vor Werner, da passiert ein bisschen was. Die Sprechblase und seine Adrenalintropfen. Jetzt kann ich dir mal das alte Buch daneben halten, wenn du das gerne möchtest. So, holen wir das mal hier raus. Da ist das alte Buch. Hier der ganze Ausdruck, er ist ja viel, viel aggressiver. Die Nase brennt hier noch, da fällt noch Ascheregen runter. Man kann das alles ein bisschen besser erkennen. Man achte jetzt hier auf diesen Pümpel. Zum Beispiel, dass das hervorgehoben wird und Werner, wie er sich freut und so, das kann man alles viel besser erkennen jetzt. Zack, da ist ja viel, viel mehr Elan drin in dem Bild. Und auch die Hintergründe sind schöner und alles. Ich kann, soll ich nochmal wechseln? Ja. So, kann man mal sehen, dass da viel Arbeit drin steckt. Mit viel Sorgfalt werden Details hinzugefügt und Farben korrigiert. Ich bin hier derjenige, der dafür sorgt, dass das Ganze auch druckbar ist. Das heißt, ich baue das hier in InDesign einmal zu einem Gesamtlayout zusammen für die Druckerei. Tim Eckhorst hat Design studiert und schon als Kind begeistert Werner Comics gelesen. Und man hätte natürlich nicht unbedingt gedacht, dass man irgendwann tatsächlich in diesen Werner Büchern mal rumwuselt. In welcher Form auch immer. Also das ist jetzt schon extrem spannend, weil man es irgendwie nochmal so durch die Kindheit und durch die Jugend nochmal, als wenn man da nochmal durchzieht und da nochmal selber drin rumwühlen darf. Und so in diesen Schatzkisten nochmal quasi den Hintergrund entdecken kann. Also mehr geht eigentlich nicht. Röttgers Ehefrau Petra ist Verlegerin der Bücher und liest sie außerdem Korrektur. Wie ist es, den eigenen Ehemann zu verlegen? Ja, er vergisst leider die Zeit immer. Ich nenne das eigentlich multiple Krytose, weil er sich praktisch eine Sache vornimmt. Dann sieht er eine neue Sache, die er machen möchte, vertieft sich darin. Dann sieht er wieder was Neues und macht dann da weiter. Und das alles so perfekt wie möglich, sodass das alles viel zu lange dauert und wir immer in Verzug kommen. Was natürlich für eine Verlegerin nicht ganz einfach ist. Behutsam werden nicht nur die Bilder, sondern zum Teil auch die Geschichten dem Zeitgeist angepasst. Werner fährt in dem Buch da einen schweren Dieselheizölkessel und verunreinigt die ganze Luft. Und das ist ja heute überhaupt nicht mehr angesagt. Und was haben wir gedacht, Mensch, wir müssen jetzt irgendwas unternehmen, damit wir uns da wieder aus der Bedrohung ziehen. Und da haben wir zum Schluss dieses Bild reingemacht, wo Werner mit seinen Kumpels anstößt. Da haben wir aber zum Schluss den Igel genommen, der dem Werner jetzt zur Strafe Bügeleisen in die Fresse drückt und sagt, Umweltsau, Luftverpester. Und damit haben wir der Geschichte eine gute Wendung gegeben. Gedruckt werden die Bände im HD-Offset-Verfahren. Sieben Bücher hat das Team auf diese Weise bereits umgearbeitet. So gut soll Werner nie ausgesehen haben. Wie gut? Das erfahrt ihr im Werner-Buch. Ex-Gummibur. Das erscheint jetzt Ende des Monats, die Neuauflage. Und ich verspreche euch, das ist ein toller Schinken. Zum Abschied zeichnet uns Röttger noch ein Meister Röhrig. Normalerweise dauert so etwas sehr viel länger und benötigt mehr Arbeitsschritte, bis der Comiczeichner mit der Figur zufrieden ist. Und außerdem sind die Bedingungen zum Zeichnen denkbar schlecht. Also zum Zeichnen brauche ich absolute Ruhe. Wenn einer dabei ist und mir da über die Schulter guckt, dann wird das sowieso nichts. Dafür ist die Zeichnung aber ziemlich gut geworden. Muss gut, ne?